Und das Thema wollen wir weiter vertiefen mit dem Journalisten und Autor Hans-Ulrich Jörges. Herzlich willkommen, guten Abend. Freut mich, guten Abend. Kaum war das Urteil verkündet, wurden auch schon Forderungen laut, es könnte als Blaupause für mögliche Streichungen von Finanzmitteln für die AfD dienen. Und auch Finanzminister Lindner, der hat sich dazu geäußert, er mahnt Zurückhaltung an, sagt, es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass sich die Parteien des demokratischen Zentrums einer unliebsamen Konkurrenz erwehren wollen. Hat er einen Punkt? Da hat er sehr recht. Diese Sache mit der Blaupause hat ja Markus Söder an die Welt gesetzt, erstaunlicherweise. Und es gibt eben erhebliche Unterschiede zwischen der NPD und der AfD. Das darf man nicht vergessen. Nicht alles, was rechts ist, ist nationalsozialistisch. Die NPD ist eine NSDAP-Folgepartei, das kann man so glatt sagen. Die ist eindeutig, die Verfassungsrichterin hat es ja auch gesagt, sie ist rassistisch, antisemitisch, antiziganistisch. Das kann man von der AfD alles nicht sagen. Die AfD ist auch nicht aggressiv verfassungsfeindlich. Aber einige Landesverbände ja schon. Ja, das sagen die Verfassungsschutzbehörden. Das müsste erst mal vom Verfassungsgericht geprüft und nachgeprüft werden. Wenn jemand einen Verbotsantrag stellt, wird das wahrscheinlich drei bis fünf Jahre dauern. Kommt also für die Bundestagswahl im nächsten Jahr sowieso zu spät. Was ich vermisse, immer noch, und das sind alles Ablenkungsdebatten, die jetzt geführt werden, dass geredet wird über eine Veränderung der Politik dieser Bundesregierung. Die ist ja im Kern dafür verantwortlich, dass die AfD so stark geworden ist. Also wann erleben wir beispielsweise eine neue Migrationspolitik? Wann kümmert sich die Politik um die schwerwiegende Wohnungsnot in Deutschland? Und selbst der aktuelle Bahnstreik hat mit dieser Regierung zu tun. Da wird nicht drüber geredet. Ich wundere mich sehr. Die Bahn ist ein Bundesunternehmen. Die Bundesregierung ist also die Eigentümerin der Bahn. Die hat also mit der Sache sehr nahe zu tun. Warum sagt sie nicht dem Bahnvorstand, den sie einsetzt, setzt euch mit der Gewerkschaft zusammen und verhandelt über einen Stufenplan zur 35-Stunden-Woche? An dieser 35-Stunden-Woche kommt sie sowieso nicht vorbei. Dann wird das eben möglicherweise in drei Stufen gemacht, wie bei anderen privaten Bahnunternehmen auch. Aber die Bundesregierung steht da und sagt, damit haben wir nichts zu tun. Aber sie hat damit sehr wohl zu tun. Und das ist ja auch, verdirbt ja die ganze öffentliche Stimmung. Der so und so fielte Bahnstreik und vielleicht nicht mal der letzte. Warum tun die nichts? Und das merken Leute eben schon. Aber könnte da vielleicht auch ein System dahinter stecken, nichts zu tun? Gerade wenn wir jetzt eben bei der Migrationspolitik bleiben. Die Grünen sperren sich ja da. Vor allen Dingen sind gegen die Ausweisung sicherer Herkunftsstaaten und dergleichen mehr. Es gibt jetzt ja auch Stimmen, die sagen, die Grünen machen das absichtlich. Denn je stärker die AfD wird, desto eher, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Grünen immer weiter in der Bundesregierung sitzen und auch dort dann ihre Ziele durchkriegen, weil sich so viele Parteien zusammenschließen müssen, um die AfD auszuschließen. Ja, der ganze Rest möglicherweise. Wenn wir nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst vielleicht erleben, dass alle anderen Parteien gar nichts anderes übrig bleibt, als zusammen eine Regierung zu bilden, davor bewahr uns der Himmel, das macht die AfD noch stärker. Denn dann ist sie die einzige Oppositionspartei und kann die alle vor sich her treiben. Ich finde, falls das ein Kalkül der Grünen sein sollte, davon sollte man sich nicht beeindrucken lassen. Die Grünen haben sowieso sehr viel dazu beigetragen, dass die AfD so stark geworden ist. Alleine das Heizungsgesetz, das erste im vergangenen Jahr, hat die ganze bürgerliche Mitte empört. Das hat ja die AfD-Werte noch mal richtig getrieben. Ich habe von heute bis heute nichts gehört von den Grünen, wo die mal Demut zeigen und sagen, wir haben einen großen Fehler gemacht, tut uns leid, machen wir nicht wieder. Also der Kern liegt im Versagen dieser Bundesregierung. Und da muss sich was verändern. Und die Verbotsdiskussionen bringen uns keinen Schritt voran. Das kann man sagen, theoretisch hätten wir die Möglichkeit, würde aktuell gar nichts helfen. Denn ein solches Verbotsverfahren, ob nun die Finanzen gemeint sind oder die gesamte Partei, dauert Jahre. Und man soll sich das nicht so einfach vorstellen. Eine Partei, um verboten zu werden, muss, so heißt es da, aggressiv verfassungsfeindlich sein. Aggressiv kann man die AfD aber nicht nennen. Die AfD ist unangenehm für die anderen Parteien. Sie argumentiert auch so, dass wir das nicht nachvollziehen können. Aber aggressiv ist sie nicht. Das Auffällige ist doch, die AfD muss ja so gut wie gar nichts tun. Sie sitzt einfach da im Bundestag, diskutiert mit und nimmt den Protest gegen die Bundesregierung auf. Es ist alles willkommen. Und je mehr sie sagt, desto größer wäre die Abwehr gegenüber der AfD. Es war jetzt für die AfD sehr unangenehm, dass diese Abschiebungskonferenz in Potsdam bekannt geworden ist. Da hat mal das Publikum einen Einblick bekommen, was in der Partei so gedacht und geredet wird. Aber normalerweise merkt man davon gar nichts. Sie sitzen einfach da und leben von den Fehlern der anderen. Hans-Ulrich Jörges, Dankeschön für dieses Gespräch. Dankeschön für diese Einschätzungen. Dieses Thema wird uns weiter beschäftigen. Das glaube ich auch. Vielen Dank.